Zuletzt hatten wieder Spanien mit den Regionalwahlen und dem überraschenden Ergebnis an den Rändern, aber auch Griechenland die Nachrichtenlandschaft dominiert und damit die Börsen natürlich bewegt. Aus meiner Sicht viel wichtiger sind aber nach wie vor die Notenbanken. Und hier sehen wir diametral unterschiedliche Richtungen. In der Europäischen Zentralbank hatte das Direktoriumsmitglied Curé gerade vor wenigen Tagen angekündigt, dass die EZB möglicherweise noch mehr Anleihen kaufen könnte, weil über den Sommer die Liquidität austrocknet beziehungsweise die Märkte eben nicht so liquide sind, dass man das Kaufvolumen, was man sich vorgenommen hat, wirklich erreichen kann. Insofern hat die EZB nochmal bestätigt, dass sie ihr starkes Anleihenprogramm durchziehen will und das wird sicherlich dazu führen, dass die Anleihen in Europa nicht stark steigen werden. In den Vereinigten Staaten sieht das Bild komplett anders aus. Die Notenbank-Gouverneurin Janet Yellen hatte dieser Tage gesagt, dass sie unbedingt noch in diesem Jahr die Zinsen anheben möchte. Es ist auch verständlich vor einer moderat, aber immerhin wachsenden US-Volkswirtschaft, dass man von diesem Zins null ein Stück weit weg geht. Insofern haben wir eine Situation, wo die FED wohl voraussichtlich im September den ersten Zinsschritt machen wird, dann aber sehr genau und datengetrieben entscheiden wird. Also insofern insgesamt an den Märkten eine beruhigende Situation. Wir sehen keine Zinstrendwende, sondern wir sehen eine gewisse Normalisierung aus Extrempositionen und das sollte eben nicht nur auf die Rentenmärkte, sondern auch auf andere Märkte wie beispielsweise Aktien positiv ausstrahlen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017